Und die, wo dann rauskommen, da können dann nun Rest machen, tralala. Was ist überhaupt für einer? Das ist mein Kämpfer. Ja, ja. Den hab ich doch schon ein wenig länger. Ich hätte so gern das nächste Level, lalala, lalala, lalala. Jetzt wären auch langsam die Sachen, die hier getroppt werden, besser, lalala. Nach Visper, 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 da will ich eh schon länger hin. Seelensteine, bringt die Steine zur Ordnung nach Graufurt. Oh, ich hab schon so viel. Falomsheim. War ich da nicht schon? Och nein, das hab ich jetzt gemacht. Gehen wir doch mal in den Berserker-Modus. So, haben wir noch irgendjemand eine dauerhafte Fähigkeit zu setzen? So, alles mitnehmen, auch wenn es wertlos ist. So irre Aronius. Und über dasselbe. Ah, nein, ich werde erst das nächste Level erreichen, wenn ich... Aber ich muss jetzt nochmal zurücklaufen in diesen scheiß Seelenstark zu gehen. Es geht nicht anders. Ah, was hab ich denn auch vergessen müssen? Ach. Die sind auch immer so scheiße weit auseinander. Ich weiß gar nicht mehr, wenn ich den jetzt... Nein, die müssten trotzdem noch hier bleiben. Ich denke schon, doch, ja. Der hat ja auch nur Level 19. Kriegen sie vielleicht sogar platt. Wenn nicht. Die kosten ja nichts. Wollen, nein, Moment. Ich drehe nochmal um. Ich töte erst den, nehme hier alles mit und dann gehe ich zurück und... ...mach den ganzen Scheiß. Genauso machen wir jetzt. So nicht anders. Nochmal dasselbe. Ich liebe es immer wieder dasselbe zu bekommen. Dass jedes Mal gleich viel Schott ist. Hm, vom Scharfschütze ist schon nicht schlecht, ne? Noch mehr Zeug, das ich schon habe. Toll. Es ist einfach unglaublich, super toll. Was ist das denn? Na ja, wollen wir wetten? Nachgeruf. Blutschatten. Wann kann ein Schatten bluten, hm? Dioden. Dumme Schatten, wissen nicht mal, sie bluten, nicht bluten können. Guck mal, hier Platz. Stehst du im Weg. Steht hier alle im Weg. Wir werden angegriffen. Ach du hast mal die Blutschatten tot, was heißt denn davon? Ist doch ne Idee, hm? Ist einer tot? Irgendwie schon, ne? Ja, was solls. Kosten ja nichts. Wir werden angegriffen. Ich heile mich trotzdem sicherheitshalber mal. Man weiß ja nie. Das ist ein Hinterhalt. So, treten wir den mal in den Arsch. So, Problem gelöst. Auch ganz einfach. Bitte nicht. Zu hoher nach Whisper. Äh... Na, endlich. Ich kann mehr Zeug bauen. Bin ich voll dafür. Äh, was war denn das jetzt? Das war... 5? Nein, ich bin 8. Geh mich gleich schon wieder hoch. Großes Haupthaus? Was? Äh, wie wärs denn mit einem mittleren Haupthaus? Ich hab das Gefühl, ich hab irgendwo was vergessen. Oder ist das jetzt nur so ein Gefühl von mir? Ich bin mir sicher, ich sollte doch eher noch so ein großes Haupthaus bekommen, oder? Äh, ein mittleres Haupthaus, bevor ich das große bekomme. Was denn da und was? Gab's da nicht auch ein Maximum? Ah, 72. Also, hat zumindest so meinen Gedankengang, dass ich da erst das mittlere und dann das große bekomme. Oh, ja. Das ist ein... Chaos-Axis 14 bis 23, ja. Das ist doch schon wieder eine Steigerung. So, das Bessere haben wir ja wahrscheinlich eh nicht, ne? Nein. Nein, definitiv nicht. Kann ich immer noch nicht benutzen, toll. Ich hasse es. So, 32. Ausdauer, Wendigkeit, Geschicklichkeit, setzt auf das Ding. Ja, jetzt hab ich einen geilen Hack-Spoiler drauf, Baby. So, noch irgendwas Neues? Nö. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich jetzt so hin muss. Also, es fehlt auch die Lichtseite. In Falomsheim. Grauford. Whisperer, da kommen wir als nächstes hin. Wenig dem Hundblut. Schub mal als Pranzes. Das heißt, wir wollen... Der ist jetzt glaube ich schon nicht mehr da, wenn ich mich nicht täusche, oder? Er ist nicht mehr da. Oh ja, klar. Willkommen. Oh ja. Das Haus Halit. Die ältesten Söhne. die Halitens Moment dort liegt die Heimat der Halitischen Zwerge das Land dort ist rau das verwert mich schon wieder dir noch irgendwas zu sagen ich hab mir die Kiste ausgeleert ich glaube ich kein mittelloses Haupthaus das sollte ja Unsinn kann ich mir irgendwas übersehen wo ist der andere Pisser hingelaufen das sagt mir wieder keiner und ich weiß es auch nicht mehr hat einer von euch vielleicht noch Gebäudepläne ich muss erstmal wieder mal eine umfangreiche Magie-Sammlung verkaufen obwohl wir gerade schon mal dabei sind gut passt tschüss ich weiß nicht was ich davon noch brauche das ist das Problem wahrscheinlich gar nichts aber man weiß es ja nicht so genau nie Opal Opal kann weg wäre es natürlich auch weg hab ich doch gesagt Pfeife kann keine 5 Minuten auf einen warten Haus des Ordens so ähm boah wo war der Typ jetzt wieder oh oh er brachte sie einst mit aus Xu aber niemand weiß was sie bewirkt können wir es wagen ihm die Maske zu bringen früher hätte ich eher mein Leben gegeben als einem nekromant des Zirkels auch nur einen Finger zu reichen Doch die Bedrohung, die jenseits des Wildlandpasses lauert, lässt uns wohl keine andere Wahl. Sucht diese Maske und bringt sie ihm. Wollen wir hoffen, dass es das wert ist und wir nicht noch weit größeres Unheil heraufbeschwören. Danke für die Konversation. Wem muss ich die Steine jetzt bringen, ist die Frage. Ja, das ist jetzt sehr hilfreich. Danke für diese informative Information. Lass man mir auch sagen, wo der ist. Nein. Ah, da. Das ist mal richtig so. Haufen Händler haben wir hier. Alle nur Müllhandel. Ist das nicht auch irgendwo? Nein, ich glaube nicht. Oh, das ist... Den Tupfen findet er, glaube ich, erst sehr viel später wieder so. Ich habe alle fünf Seelensteine gefunden. Wahrhaftig, die fünf Seelensteine. Bei den ewigen Feuern des Bargagor. Doch bevor ich sie formen kann, müsst ihr mir sagen, welche Waffe ihr wünscht. Ich könnte euch eine schwere zweihändige Axt daraus herstellen oder auch ein leichtes Einhandschwert. Die Zauberwirkung der Seelensteine auf beiden wäre identisch. Oder ich fertige euch einen Eisenstab, wie er nur von Magiern und Zauberern benutzt wird. Kann ich Äxte tragen? Nein, Moment. Äh, großer Klingenwaffenschwert an Äxte. Doch, kann ich. Dann nehme ich die Axt. Ich wähle die schwere zweihändige Axt. Hier wird. Da. Die Steine verbinden sich. Die Axt ist geschmiedet. Hier, nehmt sie. Schön, dass es immer so schön schnell geht. Gefällt mir. So, 12 bis 22. Nein, der hat nichts Neues für mich. Hä? Das war doch eben noch ein komischer Punkt. Das ist nämlich verarschen. Achso, das ist... Da kann ich noch nichts mit anfangen. Gut, alles klar. Ähm, was kann die denn? 12 bis 22. Ist ein bisschen schwächer. Oh, dann Lebensraub. Oh, Ausdauergeschick plus 1. Und sie leuchtet cool. Nehmen wir doch mal die. So, was haben wir denn noch? Achso, im Angebot. Schuppen als Drachens. Fahrl ums Heim. Ich glaube, Wispa war eine Sackgasse, ne? Fahrl ums Heim. Hatten wir das nicht schon mal? Nein. Nein. Ne, ich hab's nicht. Ach, leck mich. Moment. Es müsste schneller gehen, wenn ich von der inneren Festung aus hergehe. Ja. Geht's auch. Innere Festung. Okay. Dann wollen wir das Portal benutzen. Das müsste jetzt dann, glaube ich, doch ein Stückchen schneller gehen. Ja, möchte ich. Und dann, wenn auch immer ich diesen Wolf sehe. Dann haben wir hier, jetzt kommen wir die Sehnsständer weg. Da brauchen wir immer noch dieses Zeugdingsbums da. Äh, Dämonenblut. Ich hab schon so viele Untote umgehauen und trotzdem noch kein Dämonenblut. Toll. Ein Lichtzell brauche ich noch. Fahrl ums Heim kommen, das ist später. Das Quest dauert eh noch ewig. Da können wir jetzt mal vorbeigucken dann nachher. Was dauert noch? Drachen habe ich noch keinen gefunden. Den finden wir auch erst später wieder. Gut. Passt alles soweit. Yeah. Sie leuchtet und blitzt und blinkt und bzitt macht. Ist ein bisschen langsam, aber Lebensraub. Lebensraub ist ja richtig geil. Ähm, bam, bam, bam. Dahin will ich. dem das niveau wieder auf einem höchsten punkt etabliert haben kann es weitergehen auf einem sehr hohen höchsten punkt da ist noch eine zweite kiste sehe ich jetzt das scheiße voll gelohnt eine kiste gesehen kommt die ganze zeit so vor weil ich ehrlich gesagt sagen mittlere haupthaus musste immer noch eine kiste gesehen haben wir gehen noch mal dahin hier vielleicht gleich am anfang übersehen wir einfach blind vorbeigelaufen bin nein nicht so wirklich da habe ich leer geräumt ich habe doch alles lecker und kann nicht sein dass ich das große haupthaus gefunden habe und nicht das mittlere ist doch unsinnig in dieser kombination aber total unsinnig hier ist auch nichts mehr gibt kein mittleres haupthaus verstehe will sind zwerge das muss man nicht verstehen ein dahilchen details nicht weiter wichtig so komm innere festung gut und dann geht es weiter wir beleben einfach noch aus spaß noch mal ganz viel neu weil wir brauchen die bestimmt noch bei den ganzen gegnern hier noch rumlaufen so um die null ne da ist das schon nicht verkehrt wenn man noch mal ordentlich verstärkung hat doch unsinnig dass ich kein mittleres haupthaus bekommen mir sicher hier stimmt irgendwas nicht aber ich finde den punkt nicht was nicht stimmt so wann kriege ich das nächste ich weiß schon für zwanzig ist noch drei level ach warte mal ich steigere das hier erstmal um zwei punkte das heißt in drei level habe ich das auf maximum ok so ist das klasse 199 ja die werte haben schon viel schönes sie wissen zu gefallen was haben die anderen auch zu verwehren lächerlich 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 da bin ich mal die hälfte und dem was ich hab was willst du sterbliche kreatur bist du hier um des meisters schlaf zu stören oder willst du deine lächerlichen kräfte mit den meinen messen du wirst scheitern so wie andere vor dir meine macht ist unbezwingbar irgendwie soll doch gar nicht ein typen dabei bin ich doch jeder einzige der unbezwingbar ist so richtig wir haben jetzt leider keine armee und nichts aber was hier nur so passieren wird gucken wir uns am nächsten mal an ich hab ja immer noch keine truhen für ein mittleres haupthaus freut mich doch alle verarscht was liegt der unsinn egal karl wir speichern noch mal und zwar hier und hier und dann gucken wir uns beim nächsten mal an diesen greifen stahl typi an welches ist ja da meine mittleres haupthaus drin aber egal karl das war's für heute mit spellforce shadow of the phoenix order of dawn leck mich am arsch wind of the breath was auch immer mein erster teil wir haben nur die kampagne gespielt also spellforce kampagne ähm ja das wird unsinn das war's für heute mit spellforce 1 bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal